Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Ein Medienbericht verglich sie mit einem UFO. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA nennt sie eine markante längliche linsenförmige Wolkenformation. Die charakteristische Wolke bildet sich häufig am Himmel über Middlemarch auf der Südinsel Neuseelands. Der historische Ort im Strath-Tayeri-Tal wird von einer mächtigen Bergkette der Rock-and-Pillar-Range überragt. Die ländliche Region ist ideal zum Wandern, Angeln und Radfahren und ist deswegen bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebt. Für die Einheimischen ist die ungewöhnlich geformte Wolke ein guter Bekannter, so könnte man sagen, der immer wieder mal vorbeischaut. Sie haben der Formation deswegen sogar einen eigenen Namen gegeben. Tayeri-Pet. Wobei Pet, ja wie wir alle wissen, so viel heißt wie Haustier. Also ein kleines Wolkenhaustier. Hündchen, Kätzchenlein, naja. Der NASA ist es nun gelungen, ein Satellitenbild dieses Tayeri-Pets aufzunehmen. Dieses ist am 7. September mit Lancet 8 geschossen worden. Die Raumfahrtbehörde teilte es vergangene Woche dann über die Plattform X mit der Internetgemeinde und löste dabei Begeisterung aus. Inzwischen wurde die Aufnahme bereits fast 40.000 Mal angeschaut. Das ist genau wie Mittelerde, schrieb ein Internetnutzer, während andere mit Tumor reagierten. Ich hätte sie George genannt, so der Kommentar einer anderen Internetnutzerin, die damit natürlich auf den Namen der Wolke anspielte. Die NASA erklärte, dass sich solch linsenförmige Wolken bilden würden, wenn vorherrschende Winde auf eine topografische Barriere, beispielsweise eine Bergkette, treffen. Wind, der gezwungen wird, über die Berge zu strömen, erzeugt eine Art Welle in der Atmosphäre, schrieben die Experten. Am Wellenkamm kühle sich die Luft ab und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiere zu Wolken. Umgekehrt führe fallende Luft zu Erwärmung und Verdunstung. Der Meteorologe John Law vom neuseeländischen Wetterdienst MedService, der selbst ein großer Fan der Wolkenformation ist, sagte gegenüber dem lokalen neuseeländischen Medium Stuff, dass es großartig sei, internationale Anerkennung und Liebe für die Wolke zu sehen. Die Satellitenbilder zeigten eine andere Perspektive des Taieri-Pet. Für diejenigen, die in der Gegend lebten, sähe die Formation nämlich eher wie ein Tellerstapel aus, der sich über eine große Distanz erstrecke. Er erklärte, dass die Art der Wolkenbildung nicht übermäßig selten sei, aber einen bestimmten Standort und ganz bestimmte Bedingungen erfordere. Dazu gehöre die steile Bergkette und eine bestimmte Windrichtung, in diesem Fall aus Nordwesten. Dies erzeuge dann die Welle in der Atmosphäre, die auch die NASA in ihrer Erklärung erwähnte. Aufgrund der Art und Weise, wie sich die Wolken bilden, sehen sie laut Law oft stundenlang stationär aus. Der Wind würde dabei ständig durch die Wolke wehen, doch die Formation bliebe weitgehend gleich. Das Ganze habe definitiv etwas Außerirdisches an sich, sagte der Meteorologe. Er könne es deswegen gut verstehen, wenn manche die Wolke mit einem UFO verglichen. Grundsätzlich sei die Wolkenbildung ein Zeichen für Turbulenzen in der Atmosphäre, sie deute jedoch nicht unbedingt darauf hin, dass nasses Wetter bevorstehe. Die NASA dagegen warnte, dass die Bedingungen in und um solche Wolken Gefahren für die Luftfahrt in Form von vertikalen Strömungen, starken Turbulenzen und Vereisung darstellen würden. Neuseeland ist für seine außergewöhnlichen und teils dramatischen Wolken bekannt. Nicht umsonst lautet der indigene Name des Landes auch Aotearoa oder übersetzt Land der langen, weißen Wolke. In diesem Fall sehr, sehr passend. Nun, wenn Sie sich diese phänomenale Wolke mal genauer anschauen wollen, dann schauen Sie doch bei uns auf der Website von SBS German vorbei oder auf Facebook unter SBS German. Dort freuen wir uns natürlich auch über viele Likes und nette Kommentare von Ihnen. Das war für SBS Audio Barbara Barkhausen.